Ich erklär, ich erklär, ich erklär, der muss jetzt oben runterspringen, weil wir haben in dem Ball Volleyball gespielt und bei ihm ist er 10 Mal runtergefallen. Wir haben ausgemacht, bei wem der 10 Mal auf den Boden fällt, ins Wasser, der muss springen. Das ist ein guter Verlierer, das ist echt ein guter Verlierer. Du kostest 250 Kuna, das ist ungefähr 35 Euro, Andi muss springen. Andi, wie fühlst du dich? Gut, man. Geht's dir gut? Ja, man, nicht nervös. Aber warte ein bisschen, dann gucken alle Leute, okay? Ja. Schau, du hast Angst, du hast Angst. Du hast Angst. Aber das ist echt ein guter Verlierer, Digga. Wie, äh, was kann ich von dir erben? Die Box? Krieg ich die Musikbox? Ja, ich lache nicht dabei, ich kriege die ja. Wirklich, ich kriege meine Shisha. Was krieg ich? Dein Schwanz. Dein Andy. Perfekte Musik noch. Oh, ein Minus, wir haben bezahlt. Oh, der kriegt schon den ersten Ärger auf. Ey, Junge, der stimmt wirklich nicht anders. Ja. 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 Komm, ey, du kannst mal vielleicht auch springen. Du kannst doch nie ins Runde. Ey, du siehst gar nicht sicher aus. Wir sind gar nicht sicher aus, Alter. Ich weiß gar nicht sicher aus, Alter. Das sieht gar nicht sicher aus. Ich soll mal, dass ich schon was ist. Andi, ey, ich will nicht springen, gell? Jetzt kannst du das ganze abnehmen. Das Problem ist am besten auf, ey. Ich bin doch auf. Ihr seid schon unkühlen. Ganz ehrlich, hätte ich verloren. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht. Ich wünsche. Fahrer, Fahrer, Fahrer. Dann kommst du noch. Hier bist du rein, genau. Eigentlich mach schon, gell. Wir gehen zu den Mädels, sagen das alles, sie sind freundlich. Zeigen erlaubt dich. Andi, ich bin auch nervöser. Ich bin nervöser als er, glaube ich. Ich hätte ich verloren, ich wäre nicht gesprungen. Ich wäre wirklich nicht gesprungen, hätte ich verloren. Aber ich wüsste ich gewinne. Der macht sich nicht mal fest, Alter. Das ist ganz locker, der Typ. Ist ja nicht fest. Ich habe gesehen, letztes Jahr in Quarz, da ist so einer gesprungen. Da ist uns mehr gesprungen. Spaß, Andi. Coole Aktion. Aber lass dir ein bisschen Zeit oben. Wir unten feiern können. Ey, das ist super, Alter. Ah, nee, ey. Tut mir leid, dass ich bei dir mal geschmettert habe. Tut mir leid, dass ich die letzte Woche verlor. Schau mal, du bist auch von anderen Leuten gefilmt. Du bist ja ein Superstar jetzt. Heute sagt jeder, der ist doch gesprungen. Aber bitte, spring nicht runter. Komm wieder mit dem Kran runtergefahren. Dann macht das jeder, sag dir nein. Ey, Digga, das ist so rund, Alter. Soll wir weiter weggehen, oder? Weil sonst von dir leben wir gar nicht. Andi. Guck dir ein bisschen Glück. Auf geht's, Andi. Tschüss. Ruf die anderen mal. Seht schon. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020